So, nehmen wir doch mal wieder ein Infovideo auf, oder? Über einen kleinen Livestream, aber wisst ihr was, komm ich lasse euch mal nicht so alleine Servus Leute, hier ist Oli von NameTheSkySLP Ja, ich weiß, ihr hättet damit jetzt vielleicht nicht direkt so gerechnet aber ich hab mir gedacht, komm, wenn du schon mal das Zeug dazu da hast benutze doch mal eine Webcam im nächsten Livestream und auch für eines der folgenden Let's Plays werde ich sie brauchen das werdet ihr dann noch sehen auf jeden Fall, ja Servus, da bin ich ihr könnt jetzt gerne 10.000 Mal in die Kommentare schreiben, wie hässlich ich bin ich werde auch mitmachen und ja, ich wollte eigentlich nur kurz sagen, dass wir mal wieder einen Livestream machen und zwar am jetzt muss ich kurz nachschauen Sekunde am 2. September 2013 das ist ein Montag und zwar wieder 17 Uhr Beginn und diesmal, was gezockt wird, weiß ich selber noch nicht und zwar, da werdet ihr, äh, das hab ich jetzt sowieso noch nicht da ähm ich werde euch jetzt hier im Hintergrund, hier so hinter mir da so wird jetzt ein Bild sein von allen möglichen Spielen, die so zur Verfügung stehen also ich werde jetzt einfach wahrscheinlich ein ne, ne, ein Screenshot von meinem Desktop machen, wo meine ganzen Verknüpfungen drauf sind äh, die Spiele, die einen roten Kasten drum haben, stehen nicht zur Verfügung, weil ich sie entweder nicht installiert habe oder sie nicht funktionieren oder blablabla oder weil sie scheiße sind äh, und ja, ihr könnt gerne bitte in die Kommentare schreiben, was ich denn überhaupt zocken soll dann am Livestream am 2. schreibt gerne so viele Spiele rein, wie ihr wollt ähm, ich werde mir dann die mit den meisten Stimmen quasi aussuchen übrigens, wenn ein Kommentar mit irgendwelchen Spielen ein Like hat dann, also hier so, mein da Like Daumen hoch ähm, dann zähle ich das auch noch als Stimme dafür dazu und ja, voten könnt ihr dafür bis zum 31. oder, der Monat hat 31 Tage, hoffe ich, ja, hat er bis zum 31. ähm, da könnt ihr dann, also danach werde ich schauen, was ich spiele, werde ich dann in, ja, und dann Livestream am 2., ne, wieder mit meiner Drecksfresse drin, leider, schade aber auch naja, ich hoffe, war mal was anderes heute mit Face, auch wenn es nur kurz war, Livestream wird länger und auch das nächste Let's Play, wie gesagt, auf jeden Fall nochmal kurz zum Zusammenfassen am 2. September 2013, 17 Uhr Livestream mit den Spielen, die ihr ausgewählt habt bis dann Ciao Ja, und da hätte ich fast die Hauptsache noch vergessen, denn, äh, es gibt noch ein Giveaway Ja, habe ich fast vergessen, und zwar wird es dieses Mal etwas größer Ich werde es wieder im Livestream machen, allerdings habt ihr jetzt nicht nur die Chance zu gewinnen, wenn ihr im Livestream dabei seid, sondern auch einfach, wenn ihr hier unten in die Kommentare was reinschreibt Und zwar, was gibt es zu gewinnen? Es gibt, wenn ihr es richtig im Kopf habt, zweimal Battlefield 3 zu gewinnen Einmal Crysis 2, die Maximum Edition Einmal Sims 3 mit zwei Add-Ons, die müsste ich jetzt, warte, die suche ich euch kurz raus, damit ich es auch weiß Luxus Accessoires und Late Night Und dann gibt es noch, vielleicht, wenn Maximilian kompetent genug ist und den Zettel wiederfindet Gibt es vielleicht noch einmal Assassin's Creed 3, da bin ich mir aber, wie gesagt, nicht sicher Kommt ganz auf ihn drauf an, wie er in seinem Saustall da zurechtkommt Naja, auf jeden Fall, das war es jetzt endgültig Ihr könnt gewinnen, indem ihr, also wenn ihr gewinnen wollt, machen wir es so Schreibt ihr einfach unten in die Kommentare rein, ich würde gerne Spiel XY gewinnen oder so Also, zum Beispiel, ich würde gerne Battlefield 3 gewinnen oder ich würde gerne Sims 3 gewinnen oder was weiß ich Und außerdem, außerdem, die unten kommentieren, haben auch noch, also mal mindestens ein Zuschauer vom Livestream wird auch noch was gewinnen Da werde ich mir auch noch irgendwas überlegen, wenn er vielleicht Minecraft spielen oder so, da hat der Gewinner Irgendwie sowas, naja, auf jeden Fall bis dann, ich hoffe, ihr seid alle dabei Wenn ihr Zeit habt, wenn nicht, schade, könnt ihr euch im Nachhinein noch anschauen auf der Twitch-Seite, die übrigens natürlich unten verlinkt ist Und, naja, wir sehen uns dann, ne? Ciao, jetzt aber endgültig Bis dann! Hallo! Untertitelung des ZDF, 2020